Hallo meine lieben GeolebenTV, Zuseher und solche, die es noch werden wollen, Abonnenten, Freunde, was auch immer. Schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Ja, wir wissen, das Thema C-Punkt hat uns nach wie vor fest im Griff, beziehungsweise wir haben das C-Punkt-Thema ziemlich im Griff, natürlich eben auch die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken. Andererseits möchte ich euch auch gerne mitteilen, dass ich mich eben seit geraumer Zeit wieder einfach wesentlich mehr bewege, mehr Sport, vor allem auch in der freien Natur betreibe und generell wieder seit gut einem Jahr mich wesentlich konsequenter, genauer, besser ernähre. Das wissen auch schon einige von euch. Und deshalb finde ich es einfach ganz wichtig, neben lebendiger Nahrung, Bewegung, Muße und eben auch einer ausgeglichenen Work-Life-Balance, schöner Modebegriff, einfach auch mal über sinnvolle Nahrungsergänzungen wieder mal zu sprechen. Für welchen Zweck? Auch immer. Welche Nahrungsergänzungen und welche Vitalstoffe, Spurenelemente und Superfoods man zu welchem Zweck, zu welcher Zeit und in welche Kombination einnehmen sollte, so dass man einfach auch mal den besten Nutzen, beste Wirkung daraus ziehen kann. Anders erfährst du, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. Ja, meine lieben Freunde, hier bin ich wieder, euer Geoleben von geoleben.tv, bewusst gesund bei Geo. Ja, ich erzähle euch jetzt einfach mal, was ich so mache, wie ich vorgehe, so über den Tag nach dem Aufstehen quasi. Verschwenden wir nicht viel Zeit, wir legen jetzt einfach mal los und wie das Gesundheitsblatt auch immer wieder so schön sagt, los geht's. Ja, das Erste, meine lieben Freunde, was ich so mache, wenn ich frühmorgens genau um 5 Uhr frühmorgens aufstehe, dann ist ein warmes Glas Wasser mit einem Schuss Bio-Zitronensaft einfach Pflicht. Das wird einfach mal so auf Hop und Ex ausgetrunken, in der Frühabinne eh meistens auch durstig, das passt auch gut und meistens nur so ein halbes Glas hinten nach. Das regt einfach mal die Verdauung an, ja, kann man gut aufs Klo gehen, das ist eines der wichtigsten Dinge. Es durchschwemmt auch den Körper, die Zellen mit rechtlich Flüssigkeit, damit eben auch Giftstoffe wieder ausgeschwemmt werden und versorgt aber auch gleichzeitig eben dann wieder mit organischen Mineralstoffen wie Magnesium, Calcium, Kalium auch und natürlich auch mit Vitamin C. Ja, warum ist Wasser am Morgen noch wichtig? Ja, das ist auch so eine Sache, wissen auch nicht alle, weil wir nämlich über Nacht, sage ich jetzt mal so über den Daumen gepeilt, einen guten halben Liter Wasser ausschwitzen. Ja, richtig gehört, man muss gar nichts machen, nicht 10 Kilometer joggen oder sonst irgendwas, es genügt im Bett zu liegen und wir schwitzen eine Menge Wasser wieder aus und das ist natürlich dann gescheit, wenn ich das Ganze eben auch wieder auffülle. Ja, im Laufe des Vormittags wird dann einfach mal gefastet, das heißt ich esse bis Mittag dann einmal nichts und damit einfach auch der Organismus in der Zeit in Ruhe einfach der Stoffwechsel in Schwung kommen kann und seine, ich sage jetzt mal Recycling-Tätigkeit aufnehmen kann, alles entgiften, entsorgen. Ich meine, alles was entgiftet und ausgeschieden gehört und ausgeschieden werden kann, ohne dass man den Organismus einfach schon wieder mit neuen Ballaststoffen und natürlich auch Giftstoffen belastet. Und vor allem, da kommt nämlich unser Stoffwechsel so richtig in Fahrt, das ist so die beste Zeit, die er hat und da sollte man ihm einfach auch Zeit lassen. Im Laufe des Vormittags oder meistens dann relativ früh, nehme ich dann noch Vitamin C, ja, in Kapselform Ritard, ja, das heißt, so 500 bis 700 Milligramm und Ritard heißt eben, dass das Vitamin C schön kleinweise so über den Tag verteilt, eben so von der Kapsel abgegeben wird, ja. Da sonst einfach zu viel Vitamin C, wenn das auf einmal reinkommt, 70, 80 Prozent vom ganzen Vitamin C einfach wieder über die Nieren ausgeschieden wird, wenn ich das nicht in Ritardform eben zu mir nehme. Dann nehme ich auch noch zwei Kapseln Alpha-Liponsäure, ich habe mir schon ein paar Sachen auch hergerichtet, also da Alpha-Liponsäure, zwei Kapseln, ja, welches erstens ein super Antioxidant ist und zweitens die Entgiftung und Ausleitung von Giftstoffen fördert. Ja, es ist ein Gelatmittel, das heißt, das geht an die Giftstoffe ran, ja, und wird dann eben durch dieses Gelatieren ausgeschieden, wie zum Beispiel Wecksilber, Fluor, Aluminium, Barillium, also diese Stoffe, ja, die man ja auch alle immer täglich über die Umwelt aufnehmen, teilweise auch schon drinnen haben, das kann man super gut mit eben Alpha-Liponsäure ausleiten. Auch über die Alpha-Liponsäure habe ich schon ein, zwei sehr, sehr informative Videos gemacht. Wie gesagt, die Verlinkung ist einfach dann da oben. Ja, wichtig ist aber zu erwähnen bei der Alpha-Liponsäure, dass diese nicht zusammen mit Zink genommen werden sollte. Zink ist auch eine ganz, ganz wichtige Nahrungsergänzung. Also, Zink ist ja, wie gesagt, ist ja nicht wie gesagt, aber logisch, ist ja ein Metall und das würde eben dann auch von der Alpha-Liponsäure aufgenommen werden und wieder ausgeschieden. Und das macht dann natürlich keinen Sinn. Ja, am Vormittag nehme ich dann noch mit dem Vitamin C und mit der Alpha-Liponsäure natürlich mein Wichtigstes, das OPC, ja. Da führt grundsätzlich überhaupt kein Weg vorbei. Wie wir wissen, verstärkt sich die Wirkung mit Vitamin C und OPC einfach nochmal um das Zehnfache. Das ist natürlich auch eine Hausnummer. Weiter geht es dann zum Mittag, da nehme ich dann das erste Mal, ja, was grundsätzlich esse ich auch was und da gibt es dann auch Magnesium, ja. Das nehme ich dann das erste Mal ein, Magnesium zur ersten Mahlzeit. Eben vor allem Magnesiumcitrat, das möchte ich auch mal reinhalten. Das Magnesiumcitrat, warum das Citrat? Weil eben das Magnesiumcitrat mit Abstand einfach die beste Bioverfügbarkeit hat. Das heißt, es werden 80, 90 Prozent vom Körper aufgenommen. Alle anderen Magnesiumarten, die werden zum Großteil einfach wieder ausgeschieden. Da ist einfach wirklich sehr, sehr empfehlenswert das Citrat oder eben Magnesiumchlorid, das man ja auch eben über die Haut diffundieren kann. Das sind so die zwei Dinge, die hier speziell wichtig sind, aber das Magnesiumcitrat hauptsächlich zum Einnehmen. Ja, was jetzt in weiterer Folge für mich im Augenblick auch noch sehr, sehr wichtig ist, das ist eben auch etwas für die Darmflora. Die Kapseln habe ich jetzt leider da oben liegen lassen, aber auch die Darmflora gehört einfach auch gepflegt. Ich habe von einer lieben Freundin eben da was geschenkt bekommen. Das heißt, das nehme ich dann natürlich hier in dem Falle zwei bis vier Kapseln Probiotika. Und meine Alternative sind an und für sich die effektiven Mikroorganismen, die ich auch immer wieder so phasenweise einnehme. Ja, und noch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis zu diesem Video. Was machen toxische Mittel? Das ist einmal so der Punkt, der natürlich wichtig ist. Ja, und was macht ein toxisches Mittel, ein Toxin im Körper? Die verursachen grundsätzlich mal massiven oxidativen Stress. Das ist einfach mal klar. Das heißt, wir brauchen, wenn wir oxidativen Stress haben, dann brauchen wir natürlich starke, starke Antioxidantien. Und mit dem OPC, wie vorher schon vorgestellt haben wir das sowieso auch, OPC ist eines der stärksten Antioxidantien an und für sich. Ja, und diese Antioxidantien können eben dann die freien Radikale, die eben durch das Graphen entstehen, neutralisieren, bevor es eben auch da in das Hirn geht. Und da eben auch massiven neurologischen Schaden anrichten kann. Ja, neben dem OPC ist das grundsätzlich stärkste Antioxidant das Glutation. Ich muss ja aufpassen, dass ich das richtig sage. Glutation, ja, das ist, finde ich mal recht lustig, wenn das andere sagen, die achten das sehr drauf. Also Glutation, das kann normalerweise selbst vom Körper hergestellt werden. Und deshalb ist die erste Variante hier nicht selbst, Glutation einzunehmen. Ja, das heißt, da brauche ich jetzt grundsätzlich mal kein fertiges Glutation dazu, sondern ich brauche das NAC, das heißt N-Acetyl-Zystein. Ja, N-Acetyl-Zystein. Und dieses NAC veranlasst den Körper, wie gesagt, Glutation selbst in höherer Menge herzustellen. Auch über körperliche Anstrengung zum Beispiel, ja, auch Sport eben, körperliche Anstrengung wird, beim Sport, bei der Anstrengung wird eben der Körper dazu angeregt, Glutation eben zu produzieren. Also es macht schon Sinn, meine Lieben, einfach auch sich zu bewegen, sich auch anzustrengen. Ja, es ist nicht so, wie dieser Winston Churchill gesagt hat, Sport ist Mord, ja, Sportbewegung hat meistens eher doch mehr Vorteile als Nachteile. Ja, als nächstes Spurenelement haben wir dann Zink. Ja, wie schon gesagt, bei Zink sollte man aufpassen, das nicht gleichzeitig mit der Alpha-Liponsäure einzunehmen. Zirka 25 Milligramm reichen vom Zink aus. Und wenn man jetzt die Alpha-Liponsäure nicht nimmt, dann nimmt man Zink am besten in der Früh und sonst halt einfach später. Aber man kann dann auch, zusätzlich habe ich auch gerade da, das Astaxan-Ding ist auch ein mega, mega Antioxidant, wie wir wissen, ja, dieses Ding, ja, das, was eben hier die freien Radikale eben neutralisiert. Dann haben wir Quercetin, von dem habe ich jetzt mal schauen, habe ich auch wieder gerade nichts hergestellt, also eben wollte nicht zu viel Werbung machen. Also Quercetin wäre dann noch ganz, ganz cool als Antioxidant. Vitamin D3 natürlich auch, wissen wir alle, Vitamin D3 ist auch für das Immunsystem sowieso. Spitzenmäßig habe ich das jetzt mit, ich habe es nicht in flüssiger Form, glaube ich, aber ich habe es als Depot, 50.000 internationale Einheiten, genau, dürfen wir natürlich K2 nicht vergessen, wie wir wissen, und eben auch Magnesium und eben auch Vitamin A ist bei der Gabe von Vitamin D3 wichtig, wichtig, wichtig. Haben wir noch was? Ja, Mariendistel, das kann auch ein gutes Antioxidant sein, eben auch Mariendistel, aber das ist auch speziell noch für die Leber, für den Magen, weil eben auch hier viel, viel entgiftet wird, logischerweise ist Mariendistel auch eine gute Sache, oder eben auch, wie natürlich, dass man generell für die Leber was macht. Wir haben ja ein Video gemacht in der letzten Zeit, eben auch diesen Heavy Metal Smoothie, der sowieso so eine Leberkur ist, aber Mariendistel wäre da eben auch was, was ich einfach so mitnehmen kann. Ja, und dann haben wir noch Melatonin, das ist auch wunderbar, weil das ist sehr bekannt für, oder gegen die Strahleneinwirkung, Melatonin, der wir ja sehr, sehr stark ausgesetzt sind, also der Strahleneinwirkung, und sich das natürlich auch auf den Schlaf dann eben auswirkt, und Melatonin sorgt einfach dafür, dass wir wieder besser schlafen können, weil das Melatonin natürlich dann, wenn wir sehr viel Strahlen ausgesetzt sind, hier verbraucht wird. Also Melatonin ist sicher auch kein Fehler, das Ganze einzunehmen, eben genau. Ja, und dann ist noch eins ganz, ganz wichtig, auch wieder ein ganz gefährliches Thema, als Ausgleich zu den Antioxidantien, sollte man dann auch noch Oxidantien zu sich nehmen. Es gibt sicher noch das eine oder andere Ding, was man dazu nehmen kann, aber ich möchte die Liste eben auch nicht ins Unendliche da jetzt befördern. Das reicht so, meine Freunde. Also das ist das, was ich zurzeit nehme. Immunsystem wird dadurch brutal gepustet. Natürlich auch über alles andere, Ernährung, und dann, ich trinke nach wie vor meinen Heavy Metal Smoothie. Das ist schon mal wichtig und Bewegung und Ernährung, und das sollte eigentlich ein jeder machen, sein Immunsystem auf die natürlichste Art und Weise zu boosten. Aber offensichtlich kann das auch nicht ein jeder. Also gut, meine Lieben, das war's. Lasst mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, schaut auf meine Homepage Mensch-Bewusst-Gesund-Geo-Six-Bei-Lebens-Mut-AT. Das sind sicher einige dieser jetzt vorgestellten Nahrungsergänzungen eben auch von mir empfohlen. Kann man sich dann auch gerne bestellen, wenn man das will. Also, wir sehen uns bei einem nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus. Euer Geo. Euer Geo. Euer Geo. Bis zum nächsten Mal.